Herzlich Willkommen im Vette Baulabor. Ihr kennt das ja sicherlich alle Haare im Ablauf. Wir zeigen euch mit Hilfe der Vette Solid das Selbstreinigungsprinzip dieser hervorragenden Garnitur. Dazu nehme ich den Deckel ab, führe Haare ein und jetzt brauchen wir noch das Wasser ausdrücken. Und wie ihr sehen könnt, ist kein Paar mehr zu sehen.